ARD Text im Auftrag von Funk Du schwebst in der Luft Willi auch? WTF? WTF was ist das? Wo bist du denn jetzt? Ich stehe auf dem Steg WTF du bist bei mir? Wie das aussieht alter Fahr mal ein Stück vor bitte Aua Aua Einer ist drauf Wie kann man hier aufsteigen? Mit Leertaste Häh nein ihr müsst welche Schlussfahrer bist du bitte runter Ey Ihr müsst E drücken Ja ich kann ja kein E drücken Fahr mal zurück Eieieieiei Ja Was hast du denn scheiße? Fahr zurück Oh fuck Ich bin hier eingestiegen Hey Ich fahr einfach hier mit der Fick der scheiße Fick der scheiße Dann müsst ihr das kleine Boot nehmen Nein Lass uns nochmal testen Komm nochmal Eigentlich einen Platz müsst ihr glaub ich noch Ach ne der Platz ist besetzt hier bei mir Scheiße dass ihr euch nicht so auf die Liegen drauf legen könnt Das wär ganz gut Ja ohne Witz das ist ja richtig scheiße Ich fahr einfach mit dem Auto Ja Müsste jetzt so fahren Es tut mir jetzt natürlich leid Catch me if you can Yoshi bist du eigentlich nach Hause gefahren? Ja Echt? Ja Echt? Nein Weiß ja nicht Ja Guck mal Meine Luxusjacht hier Alter Ich liebe sie Sie ist mein Ein und Alles Ihr mit eurem scheiß Pillowboot da ey Egal wie ist die Schnelle Das kann echt sein Ja cool Links Genau Oh stimmt Oh shit Die kommen Ja Aber Ja Es wird langsam wieder hell oder? Ja 4 Uhr Oh Könnte schon dämmern So So parkt man das Schiff Kommen wir nachher wieder mitnehmen Hä Loll Hä was geht denn jetzt bei mir alles ab Was ist das denn für ein Bug? What the fuck alter Was habe ich denn für ein Bug jetzt hier? Ich finde es echt so scheiße dass man nicht springen kann ne? Das ist echt Ey Junge das Spiel ist echt ein bisschen buggy Scheiße Obisoft hab da wieder richtig gut gemacht Ich muss glaube ich mal kurz hier eine Short-Reise machen Kann ich kurz Warte mal kann ich Seid ihr denn da? Warte mal ich komme mal ganz kurz zu euch Warte Das geht jetzt glaube ich jetzt am besten damit sich dieser Bug wieder behebt Eieieieieiei Ubisoft das geht ja mal gar nicht What the fuck? Immer noch Was machst du denn? Äh Also mein Crosshair ist circa auf Höhe der Knie Oh Geh in die Ego-Sicht Ne ne das geht nicht ne? Das geht glaube ich nicht Ey vor allem ich kann jetzt schießen What the fuck? Kann auch schießen Ja 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 Warte mal Ah ich schieße jetzt aber auch dahin wo ich hier so gesehen das cool Okay warte mal ich probier mal mit der Drohne jetzt hier was sitzt wenn ich die Drohne nehme Drohne fliegt Ah Die Bällen Rebellen haben ja viel gespottet Wir müssen den Assistenten suchen Als ob du die Rebellen eingesetzt hast und dann nicht mal ausgemacht hast Ja das ist dann deine Schuld wenn du die schlecht einsetzt Alter was da wieder abgeht Junge Ich glaube da muss mal ein Mord da reingesetzt werden Ne du machst jetzt kein Mord da rein Warum Warum denn nicht? Weil dann alle wieder beschleppt ist man Oh sorry geister nicht schlimm Die haben da ja keine Chance So so wird jetzt gespielt Oh So Dann lass uns Oh da ist einer Hallo Oh Hallo Er geht nicht down Alles klar Jetzt ist er down Ich muss gleich das Spiel nochmal neuen Stein glaub ich Oh Ich weiß nicht ob er abhaut Wir sollen ihn killen ok wir sollen ihn killen Shit Er fährt weg Shit ich kann so halt nicht spielen Alter Ja Komm schon Nein Ich hab sie genau da hingesetzt Ok lass sie verfolgen Joshi mit dem Auto hier mit dem Auto Ich komm hier auf Geh das jetzt? Einsteigen Go 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 Ich hab damage Oh ich bin nicht drauf Scheiße Go Oh shit Oh no Oh no Auto Drehen Joshi Ja der macht nichts Was machst du denn? Der dreht sich nicht Geht das jetzt wieder? Nein Wie kann man denn so schlecht fahren? Ja Das ist gross Ja Das kotzen alter Der oder ob Den kriegen wir noch Nein Was? Saftladen Tage das zu fahren Wir müssen uns beeilen hinterher Ich nehme das Motorrad Wer hat ein anderes Video Nein Oh da ist so ein geiles Da war so ein geiles Ding mit der Minigarn Ja schön Oh shit Ich bin ganz dicht auf Oh ja Ich bin auch recht da Fahr du dann voraus und ich gucke ob er irgendwo abbiegt Wenn er nicht abbiegt Also wenn er nicht abbiegt Dann Leg eine Mine Der ist schneller als ich Alter Dem scheiß Mobbett hier Nein Aber nicht schneller als ich Oh fuck das Da bin ich aber beschossen auch noch Ah warte Fahr du dem hinterher damit er nicht zu weit weg ist Und ich hol mir hier ein Auto Mach das Oh Oh Janik Ist das gemacht? Janik bist du hier gemutet? Ja er hat doch gesagt er ist irgendwie weg Achso das soll ich nicht Ich bin hier gerade zu pass am verfolgen Ich auch nicht Und wie er da auch drauf sitzt Also Ja so ist jetzt so fahre ich auch immer Motorrad Ja ok ich hol das Ding auf jeden Fall easy ein Das ist die wildeste verfolgende Oh fuck Egal die schießen nicht auf uns oder? Oh fuck Oh fuck der schießt auf mich Oh fuck Oh scheiße Holy shit Oh scheiße Oh nein Oh ich bin tot Du musst jetzt Alter Was für eine Distance die auch noch schießen Alter Bitte lass mich So wir müssen jetzt passieren Los Stell Yoshi Mit diesem Auto Mit diesem Auto Hier einsteigen Zum Glück fahre ich jetzt Wo fährt denn der hin Fährt der jetzt in die Base oder was? Oh Tim Alles sicher Woah was für eine geile Brücke man Was wollte ich Warum schießen sie nicht auf die Leute? Woll mich nicht rausgeschickt Woll mich nicht rausgeschickt Woll mich nicht rausgeschickt Warte Der kapiteliert doch Neeein Wir sind vollgefahren werden Aber vor ein paar Jahren hat Santa Blanca die Kaffeebauern gezwungen Cuccaleros Und nur noch für das Katell anzubauen Wer ist unser Ziel? Ein Katelboß namens Matoy Cuccaleros Ich kann nicht mehr zurück ins Auto Warte du musst kurz aussteigen lol ich muss einmal lol jetzt ist mein Crosser noch niedriger ich muss einmal kurz ich muss einmal kurz neu starten warte steig einfach einmal ganz kurz ein steig nochmal ganz kurz ein steig nochmal ganz kurz ein Yoshi oh jetzt einfach gewinnen sie ihr vertrauen erstens ein alter Coca-Lehre namens Servette hat versucht die Bauern gegen das Kartell zu vereinen da schleift jetzt was ja ja LOL toll ja was noch ja vielleicht gehts auch jetzt wieder mal gucken im Kampf getötet wenn ich starte mal kurz neu Alter was ist mir vor... ja ok ich muss kurz noch starten ist Yannick auch wieder da? ja ich muss auch kurz neu starten alles klar dann sind wir gleich wieder bis gleich warte 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 da sind wir jetzt zurück wir sind wieder zurück mal kurz was hatten sie für uns was hatten sie für uns... Taranto war mal ein bisschen da wie Produzent aber vor ein paar Jahren hat Santa Blanca die Kaffeebauern gezwungen Coca Leros zu finden ja... ja... ja gut... whatf... aber ich für michgeburt whatf... was ist denn das... an mir stand mission verloren wegen euch ja ich wurde von seinem scheiß helikopter abgeschossen ja guck mal wieder janik so wie immer so sind wir denn da müssen wir hin ein bekannter politiker nutzt karsitas resort für seine affären beobachten sie das arschloch und filmen sie den nächsten kleinen seitensprung hier sind zementen mischer oder so direkt einer auf der straße also wie geil ist das denn bitte also wie das noch mal machen müssen das ist wo es anderes an dem bisschen nicht woanders aber warte mal hier steht ja einer ich muss ich fahr den kurz herum keine sorge dürfen nicht entdeckt werden ich fahr den um nicht mehr so viel reichwarte kommen ein bisschen heran bote dass ich mich oder doch dass ich mich ich kann nicht sehen das freut mich auch manchmal dass wir sonst die einmal blicken also bestimmt noch mehr steht die 1 vorne wurde die einst ja da steht die 1 vorne lassen wir die einzelne zeicheln ich will die 1 ich mach 2 ja ich glaube da sind noch mehr als nur zwei ich auch da sind echt noch mehr ane einer nur noch das stehen echt allen die schon alle unten heißt wir können auf jeden fall normal reingehen erst mal das machen lassen das hat er jetzt hier ja da ist die pp ich brauche erstmal irgendwas anderes aus dinge dinge hier ist einer dieser kartell orden den wird bestimmt ein sicario vermissen ein bisschen ordentlich haben wir fähigkeiten kurz nachgucken drohner wer waren wir nicht hier eben so ja wo ist jetzt das zimmer hier scheiß scheiß mhm mhm auf jeden fall ein dokument mhm 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 und mhm 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 Bis zum nächsten Mal.